Willkommen zurück bei Einfach Wissen. Heute mit 12 Fakten über Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Viel Spaß! Nummer 1. Mark Zuckerberg stammt ursprünglich aus einer jüdischen Familie. Er bezeichnet es selbst allerdings als Atheist. Nummer 2. Zuckerberg ist rot-grün blind und hat sich deshalb dazu entschieden, blau als Facebook-Farbe auszuwählen. Nummer 3. Mark Zuckerberg nimmt sich jedes Jahr eine besondere Aufgabe vor. 2013 lernte er zum Beispiel Mandarinen. Nummer 4. Mark Zuckerberg ist nur Fleisch von Tieren, die er selbst erlegt hat. Der er das allerdings nicht übers Herz bringt, ist er sozusagen Vegetarier. Nummer 5. Mark Zuckerberg besitzt nach eigenen Aussagen keinen Fernseher. Nummer 6. Sein ungarischer Schäferhund hat auf Facebook 1,5 Millionen Fans. Nummer 7. Neue Mitarbeiter für sein Team stellt Mark Zuckerberg nur ein, wenn er die Frage, ob er auch für sie arbeiten würde, mit Ja beantworten kann. Nummer 8. Mark Zuckerbergs Körpergröße beträgt 1,74 Meter. Nummer 9. 2006 hat Mark Zuckerberg sein Studium abgebrochen. Nummer 10. 2010 wurde Zuckerberg vom New Yorker Time Magazine zur Person des Jahres gekürt. Nummer 11. Angeblich soll sich Apple-Gründer Steve Jobs ab und zu zu Spaziergängen mit Zuckerberg verabredet haben. Ihm gefiel, dass der junge Unternehmer Milliarden Angebote für Facebook ausschlug. Und die Nummer 12. 2014 besitzt Zuckerberg ein geschätztes Vermögen von rund 26 Milliarden Dollar. Das ist fast doppelt so viel wie zwei Jahre zuvor. Yo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ihr könnt mir jetzt übrigens auch auf Facebook, äh, ne auf Facebook könnt ihr mir gar nicht folgen, ich war halt schon noch so im Thema drin. Ihr könnt mir auf Instagram und Snapchat jetzt folgen. Die Links dazu habe ich in die Beschreibung gesetzt. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr lustig seid, wenn nicht, dann halt nicht. An dieser Stelle wollte ich mich nun mal ganz herzlich für aktuell 177 Abonnenten bedanken. Ein großes Dankeschön dann dafür. Und falls ihr den fürs nächste Video habt, schreibt die einfach mal unten in die Kommentare. Ähm, weil ich, ich muss ja auch so ein bisschen auf euch eingehen. Ich möchte ja auch wissen, was ihr gerne sehen wollt. Ich kenne ja nicht immer, ich gehe zwar im Moment immer so meine Themen, die ich gut interessant fände. Aber ihr könnt natürlich mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes wollt. Und vielleicht werde ich das dann mal machen in erster Zeit. Genau, und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habe ich auch gerade schon gesagt, ne? Ne, keine Ahnung, ist auch egal. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal im Video. Mann, wie hoffe ich jetzt noch sagen? Mann, jetzt sagst du mal zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ist jetzt auch gut. Äh, ich sag einfach mal, ciao.